So, willkommen zurück zu Universum. Der Winter naht schon wieder. Im Frühling wird dann irgendwo ein Tornado einschlagen bei uns. Bis dahin wollte ich die Leute noch ein wenig heilen. Und ja, unser Bauprojekt Pyramide, da fangen die Leute noch nicht mehr an zu arbeiten. Gut, wir lassen das erstmal so. So, nee, wir schauen mal noch nicht zur Pyramide. Erstmal hier hin. Arbeiter Immun. Und hätten wir noch einer, der Immun wäre. Na komm, du bist ein cleverer Typ. So. Hier tut sich einfach nichts bei der Schule, deshalb canceln wir die mal. So, an der Pyramide tut sich auch nichts. Aber vielleicht könnten wir hier eine Schule einfach hinbauen. Restaurant hätten wir. Komm. Eine Schule. Wo war die nochmal? Da. Ah, Frunnen. Frunnen im Weg. So. Ganz kurz schauen. Ingenieurshüttenabdeckung. Hätten wir hier hinten. Gut. Dann lassen wir das. Unser Wasserverbrauch ist jetzt schon auf 601. Nicht wenig. Gut. Hier, sagen wir mal, ist alles in Ordnung. Hier haben wir noch nicht angefangen. Diebe aus Capital City haben deine Ressourcen gestohlen. Verdammt. Capital City. Ja. Ähm. B-b-b-b-b-b-b. B-b-b-b. Capital City war da oben. 22. Die sind auch auf 22. Die sind auch auf 22. Da könnten wir Feuer legen. Ja. Machen wir das doch mal. Einmal. Einmal Feuer. Okay. Habe ich zweimal Feuer dort gelegt. Das wäre ja dumm. Oh Gott. Einer von meinen Leuten hat sich verletzt. Wie schlimm. Ähm. Alle bitte anzeigen. Oh Gott. 35. 35. Das ist schlimm. So. Ansonsten geht's. Pyramide tut sich noch nichts. Ich tut sich noch nichts. Mal der Pyramide. Okay. Capital City. Bekommt's gerade wieder richtig. Hart. Und euch muss ich glaube auch nochmal ein bisschen. Streetzen. 36. Komm. Ein paar Pünkte noch. Dann sieht's wieder. Wetter aus. Zorn. Feuer. 200 Bevölkerung. 50. So. Tut mir leid. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr eine Bedrohung für unsere Leute irgendwann werdet. Oh Gott. Sind das alles meine? Gott. Oh Gott. Kommt. Ich bin ein lieber Gott. Schaut. Ich mache hier. Freude. Also. Dann gehen wir auf Schutz. Wir haben noch Winter. Ressourcen sind noch da. Die meisten meiner Leute haben sich schon wieder beruhigt. Wie sieht's hier drüben aus? Sind auch wieder alle klar im Kopf. So da drüben brennt's noch. Obwohl die mir nie was getan haben bisher. Aber zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Lehrer. Lehrer. Lehrer der an mich glaubt. So. Gut. Da werden die Kinder gleich auf Linie gebracht. Hier tut sich noch nichts. Zwecks Steinen. Auch alles nur in Auftrag gegebene Bauprojekte. Das ist ein Restaurant hier schon irgendwo. Eine Farm. Komm dann. Bitte ein Restaurant. Restaurante. Okay. Es will nicht hier hinpassen. Deshalb wurde es wohl nie gebaut. Hoffe ich mal. Ah. Ich cancel das mal. Wow. Und guck mal ob ich die Pyramide anders eindrehen kann hier. Passt die so besser. Vom Bauplatz müsste es gerade so reichen. Wir werden sehen. Steine fehlen uns eh noch. Hurricane kommt bald. Moment. Da hinten ist irgendwas fertig geworden. Steine Raffinerie. Äh. Immun. Und nach Möglichkeit. Und dann nehmen wir halt cleverer Leute. Ob die so gut dafür geeignet sind, wissen wir noch nicht. Werden wir erfahren. Werden wir erfahren. Piep 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 macht's. Ja. Der Farm wird gebaut. In dem Restaurant tut sich noch nichts. Hier auch noch nicht. Abwarten. Abwarten. Ähm. Kurz schon. Wasser. Hier könnten wir mal ein bisschen Regen gebrauchen. 85,7. 85,7. 85,6. Wie auch immer. Habe ich nicht gerade hier Regen angeworfen. 85,8,6. Äh. Dann hätten wir über die Regen geworfen. Nun es könnte jetzt nichts bleiben. Blumen wenn wir Grad 1699 haben. Wobei... Wobei... Hörigen. Geld sparen, äh, Punkte sparen für Reparatur. Ja, nein, vielleicht. Okay, jetzt regeneriert das zumindest schon mal. Der ist voll, ja, ist eigentlich auch ganz okay. 91, okay, hier werden wir dann demnächst mal was machen. Hier fehlt noch super viel. Äh, im Moment würde ich sagen, müssen wir einfach abwarten. Dass das alles fit wird. Bau abgeschlossener Reservoir. Okay, den Tornado habe ich wieder nicht mitbekommen. Ist wohl außerhalb. So, speichern werde ich dann nach der Folge. Dann brauche ich erstmal wieder eine Pause. Du bist verletzt. Komm, komm, komm. Geheilt. 67% meiner Nuggets glauben an mich. Warum? Die Wasserpumpe ist fertig. Na, da, da. Nahrungsmittel kommen jetzt wieder schön hoch. Wir haben keine Kinder im Moment. Das ist merkwürdig. Ups. Äh, äh, liebes Spiel, bitte nicht abstürzen. So, wie sieht's hier aus? Fünf Leute und aggressiv. Finde ich nicht gut. Acht Leute. Neutral. Ist schon besser. Ah, ha, 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 ha. Pyramide. Tralalalala. Äh. Äh, das Ding würde ich echt gern priorisieren. Uh, da, 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 quantidade. Friedhöfe hätten noch ein wenig Platz. Das war die Schulbimmel, Krabbimmel, Krabbammel, Krabbumm, äh, okay, Moment. Grasland, ich brauche mal ein paar Kräuter. Wald. Oha, okay, meine Heilkräuter gehen zur Neige. Wild Apfel. Bochofrucht und Bochofrucht. Und wir wechseln hier auf Kräuter. Wurde immer noch kein Stein geliefert. Okay. Hier schaut es jetzt langsam gut aus. Ähm, wir sind im Wald, dann bauen wir mal Eicheln an. Und wir nehmen dich und dich. Ähm, so, 20 Minuten sind rum. Dann schnell das Archiv suchen. Das müsste das hier sein. Tower, 27 Minuten. Gut, dann mal tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal bei Universum. Bye, bye. Vielen Dank.